Reaktor aufm Video Reaktor aufm Video Oder so Hallo Verlagsjagdschreiber ist da Lass uns die Runde noch spielen und dann Sauer so los Ok nee, Felix soll so los spielen Und dann kicken wir einfach Wailer Soll ich dann gehen? Ne, viel geht Will ist dann Also FCZ ist echt so farb Und die Roll Und die Roll Und die Roll Und die Roll Das ist ja richtig traurig Jetzt bist du wirklich sehr geil Leider war auch der Trauriger Aber wie du sagst die Provada-Gang Ja, weil Felix soll es noch gucken Hast du es gesehen? Nee FCZ, also fehlgeschreibt wird da Dann stamp es, dann schreibt FCZ-Tech zu fehlgeschreibt Und jetzt? Jannis Ehrenbruder Mod des Monats Mod des Monats Ja, weil er wird das Mod Äh, ich bin der Wähler Also haben wir auch dir jetzt geschrieben Und ich küsse seit Felix wird ihn wirklich Felix wird seine Influence benutzen Ja wirklich Ja wirklich, er wird so sagen Ja, lass mal nach uns schon reden Und dann sagt er mir so Ja, also da ist ein Mod von dir Den hasse ich wirklich Wirklich, also Ich hätt gern von dir das stehen Banz einfach so Als Zeichen unserer Freundschaft Hör auf Koritz zu sagen Hör auf Koritz zu sagen Das ist sogar noch intelligenter Koritz, Alter Ich lieb das Hä? Ja, Dirok wird in meinem Chat manchmal ein bisschen gemobbt Und wir nennen jetzt, also viele aus meinem Chat nennen ihn Koritz Und das von einem, von einem Ash, hey Weil einer, einer aus meinem Chat heißt Dirk Und er dachte immer, das heißt dann Dirk Also für Dirok Ich dachte halt, dass Dirok und Dirk heißt oder so Und dann haben wir gesagt Nicht Dirk 1 und 2 Sondern dann halt eben Dirk und... Dirk 1 und 2 Dirok, ich heiße Dirok Wisst ihr, was ich so langsam glaube? Dirok ist ja eigentlich richtig der Allmann so, ne? Was kann ich Allmann? Ich glaube, dass Dirok eigentlich so überdeutsch ist Und Dirk heißt Und Dirk heißt Und Dirk heißt Und er hat sich so eine zweite Identität dann aufgebaut als Dirok Identität Aber wir wissen ja auch alles, dass er aus Kursien kommt, ne? Dirok doubling Wahrscheinlich Almann, wahrscheinlich bin ich und Oberalmann Ich schick den direkt auf die Hmbi Wahrscheinlich bin ich Almann, Chris Ich bin wirklich Ich hab nix mit dem Almann am Hut Am Hut Also nix am Hut ist mit dem Altspruch Dirk hat den Aschenluf gemacht Das ist kein Almann-Spruch das sagt man jetzt so Ja, das sagt man halt Almann Mhh Hm Nur weil ihr ein bisschen gebildet seid. Ich esse gerade Lasagne. Spaß. Das ist einfach eine Nudeln. Ich wusste aber, dass die Reaktion so kommt. Lasagne? Funny Blow. Das sieht ungesund aus, D-Rock. Das sieht echt nicht gut aus. Ich fahre das Ding, Chris. Was denn? Er liegt noch Geld. Oh nice, ich nehme Geld. D-Rock ist pur nicht für all, Mann. Boah, geil, Kühlaftakt und Krone. Geil. Boah, die haben Drop gekauft. Geil, ich habe eine Drohne. Oh, geil. Und die haben alle Geise genommen jetzt. Und die haben alle Geise genommen. Nicht so geil. Ultra-Lack, Ultra-Lack. Holy Shit. Ich hatte so einen kranken Lack gerade. Die haben Geist, äh, die haben Drop geholt. Die haben Geist, äh, die haben Drop geholt. Ja, was machen die? Digga, die muss der Garten schon abgeht. Also wirklich überhaupt nicht, ne? Äh, kommt der Ding noch. Wo ist da? Unten. Safe, oder? Ja, on me. Ich wollte ihn ein bisschen verarschen, ey. Ich hab wirklich, ich hab einen Sheeprack geschossen und bin um ihn rumgerannt und so. Wirklich, wer da kommt vom Ding gesprungen und schießt ihm wirklich alles. Oh, sie haben einfach zwei Jobs drauf direkt zu Geist. Äh, nein. Ach, hier sind zwei Jobs drauf. Ach man, die Arme. Das kann ja nicht sein. Aber die haben jetzt ein Heli da gelassen. Es gibt einen Mod kaputt, dafür muss man aber erst die einmonatige, ähm, Bewährungszeit, ne, man sagt nicht Bewährung, Probezeit. Bewährungszeit. Bewährungszeit. Muss man überstehen. Ähm. Warte kurz, Phil, bitte, nehme ich mit. Ich würde noch was am Job kaufen und zwar noch eine Drohne. Oh, wollen wir die kurz, wollen wir die kurz hinten? Lass die, lass die pushen, lass die pushen. Hinten uns. Und hier oben, top. Ich geh da hin. Nicht so ruhig fliegen, bitte, das ist der Selbstmord. Die sind runtergesprungen. Ach Digga, der zieht ja so durch. Hol den Heli, hol den Heli, hol den Heli. Scheiß auf den, der wird ins, äh, Ding reingehen. Nein, jetzt haben wir die hier hinten verloren. Die den Auftrag gemacht haben. Kann man also auf Kopfgeld gehen? Oder wollt ihr die fighten? Der Kopfgeld, das ist ja gut. Der Kopfgeld wäre halt ultra open, so. Ja, lass auf, lass auf, lass aufs Kopfgeld gehen. Heli, 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 Heli. Schlechte Nachrichten los. Wieso? Ich hab da so einen Arsch im Arsch. Ich auch, wir haben beide... Ne, ich hab alles an ihm geschossen. Was für ne schlechte Nachricht hast du gefüllt? Äh, kann. Äh, kann. Hä? Wohin soll er spielen? Ach, jetzt kommt er nicht. Kopfgeld! Die werden, glaub ich, hierhin moopen. Ja? Kopier. Kumbimi. Kumbimi, Kumbimi. M-m-m. Ich seh'n, ne, nach links, nach links, nach links ruf der. Hat die gespielt. Würde der arbiträrend sagen. Gutes Spielfips. Ich lass euch hier auf dem Haus kommen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Von überall. Hals, Maul. Nein, 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 nein. Was, 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 was. Oh, die Pusche. Ach. Die haben Doppel-C4 an die Wand gelegt. Esmin, alles. Hurensöhne. Alter, what the fuck? Ne, wirklich, also wie... Digga, dann... Dann spielt doch das Spiel nicht, Digga, wenn ihr so spielen wollt. Wirklich. Ich hab auch einfach grad nicht am Ganfer teilgenommen. Ich war einfach nicht dabei. Ich hab leider gereicht. Ne, also wirklich, dann... Dann spielt das Spiel nicht, wirklich. Wie kann man denn so spielen? Das ist wie wenn man Fußball spielt und dann die ganze Zeit mit der Hand spielt und sagt, Es macht ja gar keinen Spaß ohne Hand. So ne dumme Scheiße, wirklich. Wie können sich solche Menschen nicht schämen? Lass zusammen, lass zusammen. Entschuldigung. Guck Whatsapp mehr, ich guck Whatsapp. Ich versuch nicht. Ich bin in Belton. Ich kann äh... Letzte Stunde bei den Serien. Macht man ja andere Filme gucken. Darab, der geht's nicht auch. Oh, 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 oh. Der... Dings, lass den Bock holen, lass den Bock holen. Marcel hat Müller-Milch-Banane. Oh, Müller-Banane... war es zu gut wie ein frischer prime das ist die erste solle gewählter das ist eine erste saison der saison der saison der saison ist das wohl diese schnell aber ich bin mit los doch gern ich kann mir anbieten mac am 16 16 die spiel zu die mac wir müssen wir müssen max tauschen ich renne zu dritt mal in dieselbe wand müssen doch nicht alle so spielen wie ihr nee das will ich auch gar nicht sagen aber campen in so einem haus am rand der zone das ist einfach gott sei dank spielen wir auch gerade echten krieg ich habe selbst gefunden dass ich dann wieder gefinisht werden darf wie sauer die das gesagt also ich habe zwei kills weil ich direkt wieder gefinisht werde ich konnte nicht mal landen ich war in seinem tut safe safe ich geh nur mit den guten schülern alter gott auf jeden fall muss ja ich hätte jetzt gerne mühla müllermilch banana kennt ihr eigentlich diese müllermilch äh so ein milchshake mäßig die sind so so cremig sind genau cremig cremig wieso sagst du cremig es ist cremig cremig stinkt ein bisschen als wäre es räudig ja wirklich ich hab ähm eine cremig ist mir falsch cremig ich find hasen ist banger ich find hasen ist banger hasen ist auch sehr geil aber banane ist so banger was auch geil ist es ist gut was ist die schokomacadamia oh ich nehme hier äh vela ist wieder alleine sie übt so viel Turniere wirklich fahr mal bitte zu vela vela auch einmal hinchen tschüssauer bitte by the way sie ist voll gut äh mit dem code dirak kriegt ihr 5% rabatt bei eurer tschüssauerbestellung einfach gelogen der wird so nein das ist gelogen wenn die beim sportpartronikern die kriegt einiges getränk auf meinen nacken meine special amoe meine special amoe mein totenschiller ich hab noch nie so schnell Junge verpisst euch bitte wie alle daneben steht wie die geier so ähm kopfgeld 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 hier wollen wir hier 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 ja wo ist das kopfgeld die weite entfernt camp of trains kopfgeld dann lass die rechts dann lass die rechts dann lass die rechts chickenmasser weiß auch gleich chickenmasser 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 ja dreck von mir ja oh mein gott shit break chris 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 achso chris chris hier liegt es halt looten die werden gefeiert haben ich denke es wird der einzige sein der überlebt hat die last survivor ich fahre los los ich fahre los ich fahre los ich fahre los na dann lass jetzt spawnt die pushen ne hier wird zu gut wird knapp oder den king auftrag denn ich kann halt als fahrer nie die map aufmachen weil sonst fährt man ja nicht weiter das ist so dumm also king auftrag können wir auch pushen 1600m dumm filter kaffee und smat ahhhh guck mal guck mal guck mal guck mal Jiiiiiii tschüss Ah So ein Unfall Unfall gebaut Der war aber auch nicht der einzige gewesen oder? ich bin dumm ich bin dumm ich bin dumm na das ist nicht dumm da sind keine ne das war tatsächlich nicht so dumm Unfall Unfall gebaut nein scheiße machen so auto machen so ich glaube dass das alleine ich habe nicht gesehen so big so big so big will er brille vielmann ich habe ich habe gehört aber irgendwie da war noch vor mir auf der drohne ich hab mir geisteskrank gute hits gegeben mit der m16 ich lege ne gasmaske ich zwei versuchten direkt drauf für der m16 auf die range als hätte ich mir so viele leute aus luft gesnipet der eine der wälder genau der wollte unbedingt finde ich der wollte mussten kommen einfach das ist nicht das ist nicht train station das ist bus station denken wir haben dann so ein freeways tausch gemacht weißt du so da lag durch eine plattenbox und sie hat sie dann genommen gerade so ein paar aktien ausgetauscht und oder christen nicht wir sind business menschen lag eigentlich auch auf dem boden noch ein trophy system wir haben den witz gecheckt einfach zwei mal gesagt die menschen aber jetzt ohne witz unfassbar reicht schicken teriyaki boneless chicken wing mir gibt es gleich thai nutze einfach haben wir schicken nach dem stück nach dem stück bei dir ein einfach hast du was folgendes schicken das solltest ich kann das ist ja ich hätte nichts davon können stattdessen schieße ich hier die ganze durch die gegend wir konzentrieren mich nicht die lokale das bietet ich war dann vorbei so mäßig ich habe die seiten verwechselt ich bin unten gestorben ist hochgerannt kakerlaken und silberfisch und was das alles hier ist oh mein gott warte warte da ist einer der ist noch zu beigemann er hat mich wieder ich hasse kriechen mit toten still einfach die flammen mache ich gleich die nachbarn einer springt runter ich werde wieder genockt hier war doch irgendwo ein cluster am laster sind jetzt hier ich habe den cluster sind alle tot die andere seite gerade hoch meine nase läuft nicht nein ich bin runter runtergefangen ich dachte man landet da normal wieso leuchtet meine nase jetzt einer ist unten drin bei euch im haus wieso leuchtet deine nase was nervst du auf green oben drauf ich checke nicht wo die ganzen gegner hier sind also es geht gerade komplett an mir vorbei alles ich wurde gerade nur zwei mal auf der scheiß Toilette genockt deine nase so ja spezialmonie hat sich auch übel gelohnt gerade ich bedanke mich gleich noch mal für dieses absehungsgekuss ja ne ist eine geile runde also ich krieg gar nichts mit gerade so eine boring runde mhm ich schlafe gar nicht an ich fange jetzt auch so geistgang einfach an team zu pushen wie wehle das gerade macht ja da war einfach einer aber da ist glaube ich gar nicht mit dem auto ich mach da drunter an bitte aufklärung zeig für einen überflug drohner erreicht einsatzgebiet sind doch mal echt viel oh die fange ich so ab ich geh da hin wir weg zusammen mit wehle mit meinem honigkuchenpferdchen hand in hand ja ins traumland was welche serie ist das hand in hand wirst downtown land weiss ich ja das war wirklich romantisch nein wir gehen aufs hochhaus campen dann gehen wir auf das nein das ist das höhere hochhaus hier nein push ja ich geh aber auf das und dann kannst du von unten pushen frei fertig knock einen oben du gehst hoch easy haben wir noch nicht ohne aber du hast hier auf die höhe ich bin mit dem gelaufen ich was da aus ist auf meiner höhe zwei leute hier oben wo gehen die shot sind er geht mir hier oben drauf sind drei leute ich kann nicht einfach so speednummer ich hab hier gar kein angle auf die ist das ganze ding ich hab hier sogar geilen angle eigentlich zum teil aber ich geh grad hoch ich geh grad hoch öh die rögt auch so viel geld ne 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 Achtung verbündet der präzisionsluftschlag im Anzug noch keiner knockt wieder oben mitten drauf nicht finished kann ja nicht finished sein der wird zu den anderen krabbeln der wird zu den anderen krabbeln die sind beide also das sind zwei leute da glaube ich noch alive ach der das ist ja dumm was machen die denn hier unten einer runter gesprungen war das verschiedene teams ne 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 doch ich hab zwei kids bekommen im selben Team gewesen Nehmei Deutscher äh ja ich hol dich hol dich da drüben die snipen da oben die campen unnormal meinst du mich gerade? ja ja ok ich war unten da bei lila marker am haus knocked die haben mich gefinisht ja die sind die auf monument ja ich denke die werden gemoved sein weil die können dann nicht bleiben ich weiß ja nicht wohin die gemoved sein sind am shop ist action kommt ihr mit mir ja 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 hast du armonie genug für ja ich bräuchte einen stack oder so noch für endgame ok ja perfekt eigentlich müsstest du kaufen und dann direkt weg weil ihr könnt die alle abfangen vielleicht hier bei tanke oder so ich mach mal direkt ne drohne an wo sind denn die gegner vor euch safe oder was? ja im red im red vor mir vor mir drei Stück ja ich versuch wegzukommen versuch wegzukommen wir können nicht klaus gehen das ist nämlich dumm die von park sind beim parkshop hätten ja welcher sogar zwei noch ja ein anderes bei der garage lol das ist ja ich werde von der rückseite ich werde von hinten dann von uns angeschossen also jetzt andere seite wir müssen jetzt wir müssen uns halt eklig crossen ja auf dem linken hochhaus oh scheiße das ist ein 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 da hin hat markiert rote markierung ich habe ich habe ich drehe das gleiche richtig das ist sehr wichtig das ist auch nicht dass top red einer sitzt oder so das ist top feuerwehr ei 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 oh mein gott wir fahren mit kilos über grenzen rüber ich habe plattenbox ganz rechts ganz rechts ja ganz rechts drei sniper das sind die von links monument die die vollen gold waren ja ich weiß hast du plattenbox oder wer ja lass sie aber hier äh bei uns zusehen hidrünfen mit den so an und so was flieg überrök die feuerwehr drinnen sind Silva gegner da oben auf den hier unten noch finish Not auf 16 so geil Are we mounted Avengers sociale moved per jetzt zu habt ihr da hinten plattenbox geworfen Ja, ich brauchte welche. Ja, ich brauch auch welche. Wenn ich jetzt wieder gefinisht habe, bin ich sauer. Von wo weißt du das? Ähm, ich glaub hoch raus hier. Passt auf rechts von uns. Nein. Von hier oben kommt der Precision. Von der Klima-Markierung. Achso. Der kommt unten rum glaub ich Chris. Unten rum hätt ich ihn. Der kommt nicht unten rum. Doch. War das nur einer? Bei mir war nur einer. Pass auf rechts noch diese Sniper. Oh mein Gott. Moven die? Ja. Warte, warte, die Moven. Eigentlich bis ich jetzt hier einen Pick bekommen. Einen hab ich hier noch. Einen hab ich hier noch. Ich hab mein Geld gelegt. Platten wären auch nochmal wichtig. Noch einer noch. Wähler drüber mal dein Geld. Ich finish den einen hinten. Hier oben am Stein war noch zwei. Einer war noch, der andere hat gewaltt. Pass auf, dass ihr nicht von dem Haus gefinischt werdet. Oder genau. Äh, Chris hinter die liegen Platten. Ich hab fünf Uhr hingelegt. Du hast die genommen. Wo liegt? Was ist hinter dir? Achso, die hab ich schon genommen. Hab ich schon genommen. Hab ich schon genommen. Das ist noch nicht. Geht rein, geht rein. Oh, die Sonne moved gleich, ne? Ne, dauert. Ich hab zwei von denen raus. Ich weiß nicht ob da noch andere sind oder wo. Es sind vier Teams noch. Pass auf. Die werden überall sitzen. Äh, hab irgendwas für mich? Überall. Ähm, wie hab ich noch gehört? Ich hab irgendwo einen Kloff gefunden. Ganz links auch noch einer. Shoot break. Jetzt müssen wir eigentlich ein bisschen crossen. Hier müssen wir ein Stückchen crossen. Hier an der Mauer direkt vor mir. Knock. Na, ich bin drüber geklettert aus. Der Halt ihn. Was war das denn? Oh, das war's. Anna ist hier oben. Immer noch unter der Mauer. Okay, geh rein. Drei sind runter gesprungen. Holm mir, Holm mir sind zwei Stück. In dem Ding drinnen. Noch einer. Einer heilt hier. Alle raus. Einer noch ganz oben. Shield break. Der muss runter. Hab nichts von einem Windriff. Top, 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 top. War nicht ganz top, oder? Ne. Es sind vier Leute doch. Ich glaube ganz top. Es sind vier Leute. Wir können die Lasern mit uns springen. Wir können die Lasern mit uns springen. Ja, ja. Du scheißt auf mich. Ich versuch' euch nur noch Erleib zu machen. Drei gegen vier. Ich hab keine Platte mehr. Der unten hat Shield Shirts. Da ist hoch, 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 hoch. Einer ist knocked im Gas. Es ist nur noch einer, glaube ich. Tot. Nice. Big team. Gg's. Gutes Endgame. Big, big, gg's. Gutes Endgame. Gutes Endgame, gut gemacht. Gg's, 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 gg's. Da braucht noch einen Löffel Tomaten. Ich hab ihm im Endgame einfach fünf oder sechs Nights gefressen. Hol- Mantap. Und Conig. Hahao. Im Namen. Du s Davidson, blommst du dann. Wiras. Nicola Hook. Wo ist das? Mit robben, wer. Die Team sind beim Stachel. Was? Das ist deutsch. Was ist deutsch. Was verstanden mit den Thfarearten? Wenn die Zankind einsteiger ist, wird der weggeroffen. jurulter sich das时, einen pää given von einem Stachel. Was ist dasratsrat korrekt? Was ist das klassisch wie Rocket? So viele Wins immer, ihr regt mich so auf. Die Lobby war aber wirklich wieder ziemlich nice. Hast du einen Fußballer-Skin? Welchen Fußballer-Skin? Ich kenn keinen Fußballer-Skin. Ich weiß gar nicht wie viele Kills wir jetzt letztendlich hatten. Null. Kein Plan. GG wie der Spitzname von bevor. Irgendwie hat sich's mehr angefühlt, muss ich sagen. Hat sich irgendwie mehr angefühlt. Wirklich nicht viel, ne?